Na gut, dann fliege ich jetzt einfach dorthin. Die Station ist ja mehr oder minder gespeichert, weil das Schiff da steht. Dann kann ich immer noch wieder zurückhöppen. Gucken wir mal, was wir da jetzt kriegen. Übrigens, wer da oben links hier so stehen will, der kann den Follow-Button anklicken. Dann steht er da. Da bin ich euch nicht böse drum. Da kriegt ihr auch mit, wenn ich mal wieder streame. Aber bis jetzt habe ich eigentlich, glaube ich, jeden Tag gestreamt. So. Andockerlaubnis erbeten. Andockerlaubnis angenommen. So, warte mal. Mit der wollte ich sprechen. Da steht jetzt gar nichts dabei. Kurz mal einen Schluck trinken. Moin Socki. So, da steht jetzt keine Fraktion daneben. Akzeptiere ich die mal und docke ab. So, Pelzhörnchen-Fiasko. Die habe ich auch schon mal. Der Name sagt mir was. Müssen wir da nicht irgend so eine Basis abknallen. Oh Gott. Geh, bir Jahr und tut. Genau. Warponntrieb aktiv Ja, ich glaube auch, dass ich einen Ingame-Community-Channel immer aufmache. Das ist dann ein bisschen einfacher. Nur dann kriegen es natürlich die Leute, die nicht Ingame sind, nicht mit, was da geschrieben wird. Beziehungsweise, naja, nee, sie kriegen es nicht mit, weil es überblendet ist. So, annähern. Aber vielleicht sollte ich mal wirklich eine einrichten, weil ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 Chats auf. Und den Chats, also ich bin so ein Chamäleon. Versuche gerade 4 Chats zu folgen. So, jetzt erstmal geguckt. Das geht in die Hose, dann lenke ich mal die mal selber. Irgendwie. Gucke ich lieber nochmal nach. So, und jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich in meiner Übersicht das Teil nicht sehe. So, das heißt, wir müssen gucken, ob wir das optisch irgendwie finden. Hier ist überall Müll. Oder ob wir hier durch das Gate müssen. Hier ist überall nur Müll. Okay, dann springe ich mal. Warp und Trieb aktiv. Eve Survival Org. Okay. Da hatte ich auch irgendwie was. Ah, muss ich. Ich exportiere die Videos ja zu YouTube. Da kann ich ja nochmal gucken. Da ist das Labor. Okay. So, diesmal nehmen wir mal die Warrior. Ja, Chrysothil, genau. Habe ich mir auch gerade so dann irgendwie gedacht. Ja, ich weiß manchmal nicht, ob es einfach nur nicht in der Übersicht angezeigt wird. Oder ob das Teil nicht da ist. So, zerschießen wir das Teil mal. So, da kommen dann auch schon Terroristen. So, da kommen wir mal. Ja, ich habe mehrere Tabs in der Übersicht. Ja, einer meiner ersten Streams hat mich gelehrt, das auszublenden. So, die haben wir. Da schießt noch keiner mehr. Die haben wir auch erledigt. Und dann haben wir das Pelzhörnchen-Fiasko bestanden. Ja, ich hatte diese, ich habe von Hiccups. Das ist ein Übersicht-Setup. Und das war ganz, oder ist ganz gut. Dann hatte ich mir das Saras-Overview mal angeschaut. Und da haben wir einfach, das habe ich irgendwann ganz schnell zurückgesetzt. Weil in irgendeiner Situation habe ich irgendwas überhaupt nicht mehr gefunden. Und dann habe ich es schnell resettet und habe das von Hiccups wieder eingestellt. Muss ich immer, also mache ich immer ungern mittendrin. Kannst du mir vielleicht nochmal per Ingame-Mail schicken, dass ich mir das dann mal angucken kann. Weil der Chat ist ja, wenn wir dann rausgehen, weg. Aber es lieb, danke. So. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon streame. So, warte. Da machen wir den da rein. Warp und Trieb aktiv. Ich bin weiter Mission geflogen. Habe einfach mal die Station gewechselt, weil der mich gegen eine der großen Fraktionen geschickt hätte. Und das sollte man vermeiden, damit das Standing da nicht so übel nach unten geht. Weil man möchte ja irgendwann auch mal vielleicht durch deren Raum fliegen und nicht gleich abgeknallt werden. Andockerlaubnis erbeten. Andockerlaubnis angenommen. So. So. So, das haben wir erreicht. Sie befürchtet, dass übereifrige Tierrechtler von der Sache Wind bekommen. So. 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 Wen haben wir da? Die hassen mich eh schon. Ein Konvoi und die Militär-Yogi-Bären sollen wir abholen. Machen wir doch. Pass auf. Ich blende mal eben den Chat aus. Da siehst du das. Die Tabs. So. So. Fliegen wir mal weiter. Oh. Da bin ich aufgepasst. Fliege ich gerade ins Low-Sack. So. 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 Oh. Schön durchgeknallt. So. Okay, ja, ich bin irgendwann mal mit meinem Miner-Schiff irgendwo hin. So, dann wollen wir mal gleich alle aufschalten. Altbewährte Hop-Koblins raus. Na. Und munter umkreisen. So, guck mal hier, ich mache meine Damage-Control an. Von alleine. Es ist lernfähig. Ja, das ist natürlich bitter, wenn man dann so richtig schön viel Geld da reingesteckt hat. Ja, ich kann mich noch freuen über einfache Dinge. Oh, hoffentlich bleibe ich hier nicht bappen. So, die schießen schon ein bisschen mehr. Schilde sind gleich runter. Meine Drohnen pennen fleißig rum. Ne, da sind noch neue Schiffe. Die Schiffe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, und da ist der Transporter So, da müssen wir auch Unsere Yogis rausholen Und dann können wir noch ein bisschen was looten Ja, gerade bei solchen Strukturen, da bleibt man gerne mal bappen Und das in so einem Kampf ist irgendwie doof Die drei Stunden waren schnell rum Stell deine Drohnen auf Passiv und Fokus Feier, okay Kann ich das nicht über die Gruppe? Ja, wie viel Militanz habe ich mir da jetzt eingepackt? 20 Wie stelle ich denn die Drohnen auf Passiv und Fokus? Und angreifen und verfolgen auch anlassen Könnt ihr das überhaupt sehen? Nee Also Passiv Feuer fokussieren und angreifen und verfolgen Danke, das wusste ich noch nicht Aber ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht reingeguckt So, Missionen erledigt Glaube ich zumindest Ja Warpantrieb Nö, 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 nö Nix, Warpantrieb Erstmal die Drohnen einstecken wieder So, Drohnen sind drin Ja, aber so ist schon richtig Wenn du einen krasseren Gegner hast So wie die eben Die haben ja schon teilweise mehr Schaden gemacht Und da wäre Fokusfeuer schon sinnvoll gewesen Also von daher finde ich es gar nicht verkehrt Undockerlaubnis erbeten Jetzt habe ich hier schon wieder Naja, gucke ich gleich mal nach Undockerlaubnis angenommen So Pass auf, jetzt bin ich mal gespannt Ich hatte ja Haha, jetzt hatte ich die noch Ja Pass auf, jetzt Kann man Militant Verwerden Nein, darf man nicht Wie entsorge ich denn die? Ich habe ja 10 zu viel eingesteckt Ja Kartax Das stimmt Ich bin mit der Mit dem Miner-Schiff rumgeflogen Das ist noch weniger lohnenswert Und da hat es mich gesnipet Okay Ich werde die dann mal Ejecten Irgendwann So Da kommt eine Machen wir noch So Gegen wen geht das? Gegen niemanden Beschaffen sie diese Waren Okay Okay Nö Sagt er mir jetzt nicht an Aber Die können da auch im Laderaum Rumgammeln So Alles klar Kartax Hau rein Vielen Dank für ein Follow Die Tipps Und ich hoffe Wir sehen uns dann Beim nächsten Mal wieder Schlaf gut So Warp und Trieb aktiv Und ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 So, da ich hier nichts sehe, springe ich mal durchs Gate. Oder vielleicht auch nicht. Bin mal gespannt, wahrscheinlich ist es gelockt. Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch nicht. Das glaube ich dir. Ja, es gibt immer Leute, die... Irgendwelche Exploits nutzen, was die Drohnen jetzt angeht. Ja, okay, ist gesperrt, dann kriegen sie es halt. Ja... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nö, aber wir werden wahrscheinlich jetzt das Gate benutzen können Ja, ich seit 29. Januar So, Drohnen sind drin Dann springen wir mal So, da ist ein Cargo-Container 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 Um, 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 um So, da bin ich mal gespannt. Da ist es. So, da haben wir den Kram besorgt. Können wir die Drohnen wieder einpacken und dann fliegen wir zurück. So, ich sag mal, das ist jetzt die letzte Mission, die ich abgebe. Ich bin, ich weiß gar nicht seit wann schon am Stream und jetzt werde ich langsam auch müde und konzentriert. An der Stelle darf ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen, für eure Tipps. Fürs Followen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wer mag, der kann auch gerne mal bei YouTube nachschauen. Da sind so die Uploads von diesen Streams und aber auch andere Projekte, DayZ, H1Z1, Elite und was weiß ich alles. Da, wenn ihr mögt, einfach den Abo-Button klicken, dann kriegt ihr mit, wenn da ein neuer Upload ist. Wie man mich kontaktieren kann, steht gleich im Ende-Screen. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann und ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.